Hier sehen wir den Kahlboot. Das sieht gerade aus. Das sieht gerade aus. Das machen wir. Oh, öffentlichen Nahverkehr gibt es hier auch. Ayuntamiento de Malaga. Aha. Nach 200 Metern fangen Sie gerade aus. Fangen Sie gerade aus. Nach 200 Metern biegen Sie links ab, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie links ab, dann biegen Sie rechts ab. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie gerade aus.